Oh mein Gott! Was? Ja! Ja, wahrscheinlich! Ihr gewinnt fürs Lucy. Wir machen heute Spiderman-Tricks in real life. Und das hier wird der erste Trick sein. Und zwar, wie ihr nach dem Schwung einen Backflip macht. Boah! Crazy! Okay, wie viel bekomme ich? Du bekommst einen neun! Okay, Lucy wird das Ganze bewerten. Wir schauen mal, wie sich mein Gegner anstellt. Rick, schaffst du das? Du musst besser als ich hab zu meinen. Neun Punkte. Scheiße, die ist parteiisch, die Frau. Viel Glück, Bro, viel Glück. Okay, komm. Genau! Okay, das war auch gut. Und, was sagst du? Ja, wahrscheinlich! Let's go! Leute, wir hören in die Kommentare, wie es wirklich war. Das ist doch unfair. Alter, partei ich. Der Verlierer bekommt immer ein Buchstabe, bis das Wort Flip ausgeschrieben ist. Rick, du kriegst leider ein F. Und wer ganz am Ende verliert, der bekommt eine eklige Bestrafung. Soll ich sie dir mal zeigen? Ja. Die Bestrafung wird ein ekliger Drink sein. Immer nach einer Runde dürfen wir eine Zutat hinzufügen. Da ich gewonnen habe, werde ich jetzt erst mal Sojasauce reinmachen. Ich würde sagen, das ist noch nicht so schlimm. Aber, ja, komm. Da machen wir einfach alles noch rein, was ist. Freust du dich schon? Das ist so unfair, Alter. Ich werde doch eh verlieren wegen Lucy, Alter. Ja, genau. Jetzt kommen die Aussehen, Leute. Ich würde sagen, wir schauen uns den nächsten Trick an. Okay. Let's go. Als nächstes machen wir den Trick, wo Spider-Man den Side-Flip über den Zug macht. Auf den Zug macht, okay. Ich habe keine Ahnung, ob ich den selber kann. Ja, komm schon. Also, warte, ich muss einmal ganz kurz für meinen Kopf. Ich mache einen Side-Flip und ... So. Ja, schon am Üben, okay. Okay, okay. So bin ich. Ja, und den Arm nach hinten. Hey, ich bin viel zu schwer für dieses Trampolin, okay? Das schaffst du schon. Du musst auch die Mauer berühren. Ja. Haha! Auf geht's. Oh! Hä? Hä? Das war voll gut. Haha! Keine Ahnung, ob das stimmt. Das war voll gut, Digga. Oh mein Gott. Okay. Dann will ich jetzt landen. Okay, okay. Warte. Okay, okay. Ready? Das passt doch. Scheiße! Okay. Alex bekommt eine Senke. Okay, aber das war auch nicht gut. Der Flip war gut. Die Landung nicht so. Okay. Rick? Der Flip war auch gut. Aber bei der Landung hat es auch gescheitert. Okay. Okay. Lass nur weiter an! Ah, shit! Ja! So! Boah! Ey, gell, die Menge, die du reinmachst, entscheidet, ob du am Ende, ja, glaubst, dass du gewinnst oder nicht? Ich glaube, dass ich gewinne. Boah! Nicht so viel, Alter! Weh, Mann! Aber ich hätte gewinnen. Du musst es am Ende trinken. Ihr müsst auf jeden Fall bis zum Ende dranbleiben. Das muss einer von uns noch trinken heute. Und zwar alle. Das wird richtig eklig. Nein, 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 nein. Also jetzt hat jeder von uns ein Buchstaben. Ich hab F, du hast F. Also alles ist noch drinnen. Wer es noch nicht mitbekommen hat, im Dezember kommt jeden Mittwoch und Sonntag ein neues YouTube-Video für euch online als kleines Weihnachts-Special. Also tragt es alle in euren Kalender ein. Um keine Videos zu verpassen, abonniert den Kanal und macht die Glocke an. Und für extra Behind-the-Scenes-Content, checkt meinen WhatsApp-Kanal ab. Link in der Bio. Als nächstes machen wir den Trick, wo Spider-Man Dr. Octavius mit einem Backflip und beiden Beinen wegpuncht. Das wird nicht so einfach, aber kriegen wir hoffentlich hin. Kriegt gut. Alter, Leute, war das scary. Okay, was gibst du mir? Ein sehr guter Flip, aber irgendwie am Ende sah es nicht mehr so gut aus. Was? Was ist das denn? Leute, ich krieg die Krise, Mann. Wir müssen das Ganze hier noch ein bisschen spannender gestalten. Wir haben bisher nur eine Bestrafung. Ja. Was denn wer gewinnt? Keine Ahnung, du kannst dir aussuchen, was wer gewinnt. Du kennst doch diese Szene, wo Spider-Man sich runterhängt, die Waske runterzieht und diesen Kuss alles Mädchen gibt. Ja. Lucy ist Mary Jane. Was? Nein! Okay, Leute. Das heißt, Belohnung. Das ist unsere Mary Jane und kriegt einen Kuss. Nein, ich bin selbstlos. Ich werde gewinnen! Ich werde gewinnen! Okay. Wow! Okay. Hast du nicht geschaut, wie er gelandet ist? Nein! Hä? Du bekommst ... Let's go! Ja, hallo, noch ist alles drin. Hey, du musst genauer hinschauen. Der ist so gelandet. Hast du nicht gesehen? Nee, hab ich nicht gesehen. Ja, okay, okay. Fair enough. Bin wieder ich dran. Ja, komm. Du weißt doch, ich lieb scharf. Du auch? Also, ich habe jetzt FL. Du hast F. Was machst du jetzt rein? Wasabi! Junge, es sind so viele Zutaten und hier sind die Wasabi. Junge, ich bin confident geworden. Was sagst du? Mal schauen, wie viel du reinmachst. Ja, frisch. Ich würde die ganze Tube essen. Nee, Junge, also Wasabi ist so scharf, Leute. Warte. Warte mal, bevor du es reinmachst. Was ist dein Lieblings Spider-Man? Amazing Spider-Man oder was? Der macht immer ... Was? Leute, schreibt es in die Kommentare, was euer Lieblingsteil von Spider-Man ist. Und das war auf jeden Fall absolut ekelhaft, Rick. I'm sorry. Beim nächsten Trick habe ich mir etwas ganz Spezielles überlegt. Und zwar macht Spider-Man einen Side-Flip und kickt jemanden. Und dieser Jemand ist jemand ganz Besonderes. Und zwar deine ... Ja! Allerliebste Theresa. Wie ein Sozialista. Tja, Rick, also ... Ich weiß nicht, in welcher Bredouille du da gerade bist, aber du musst die liebe Theresa kicken. Ich hoffe, du machst es nicht zu fest, weil ... Na ja, ich weiß nicht, ob was besser ist. Schlechte Punkte zu bekommen? Oder ... Von Theresa' Ärger. Ach, stress zu Hause. Okay, Rick, du fängst an. Warum fange ich jetzt an? Weil ... Ich es gesagt habe. Es tut mir leid, Theresa, es tut mir wirklich leid. Er zieht wirklich durch, okay? Lucy muss bewerten, gell? Wo stehst du denn, Digga? Da komme ich ja nicht mal hin. Ja, wo soll ich stehen? Hier. Ja, so ist es gut. Okay, Lucy, schau es dir genau an. Ach, zu dieser. Ja! Ich hatte sie nicht spotten können, Digga. Er hat Theresa verschont. Hey, aber ... Ehrenaktion an der Stelle. Eine, fünf. Fünf Punkte. Der Flip war da, aber der Kick halt nicht. Ja, Theresa, es tut mir leid. Aber ich muss da, glaube ich, ein bisschen böser sein als Rick. Okay, Rick, bevor ich Theresa jetzt einen Kick gebe, Kommentarschauts gehen raus an Sonja. Franzis. Und Lilly. Vielen Dank fürs Kommentieren. Schreibt auf jeden Fall jetzt einen Kommentar. Ready? Ja. Oh! Hey. Oh, aber das war ein Kick. Ja, das war nicht gut, aber es war ein richtiger Kick. Acht Punkte. Was? Acht Punkte? Okay, crazy. Ich hätte sechs gegeben, aber ... Oh, Theresa, ich nehm dich nicht. Okay, für uns steht das Gleichstand. FL, FL. Und es gibt Bittertropfen. Die sind richtig, richtig bitter. Und davon mache ich mal einen Spritzer rein, würde ich sagen, Rick. Gefällt dir das? Finde ich auch. Das sieht sehr eklig aus. Leute, wenn wir die 15.000 Likes klacken, dürft ihr wieder entscheiden, aus welchem Film ich als nächstes die Tricks machen soll. Also lasst einen Daumen nach oben da und schreibt Vorschläge in die Kommentare. Beim nächsten Trick müsste man eigentlich vom Bauch abspringen, das haben wir aber leider nicht geschafft. Wir machen jetzt einen Backflip Punch und kicken dabei zwei Sachen weg. Schauen wir mal. Das kriegen wir hin, das mit dem Bauch war sehr schmerzhaft, Leute. Boah! Das machen wir nicht weg. Rick, damit du nochmal eine extra Motivation hast, darfst du dich halt auch noch selber schlagen heute. Und Theresa. Also besser geht's nicht, oder? Hammer. Hammer. Perfekt. Freut mich, dass du dich freust. Das war der Air Punch. Okay. Du hast die Bewertung? Der Flip war gut, aber es ist nur eine 6, weil du hast nicht gepuncht. Ihr habt gepuncht. Ihr habt mich getroffen. Ich schlag dich mal selber. Wo seid ihr? Hier. Okay. Ja, einen, aber du hast ja immer in den Arm getroffen. Aua. Perfekt, Leute. Lucy und Alex gepuncht. Wenigstens habe ich gepuncht. Jetzt bist du dabei. Wenigstens habe ich gepuncht. Was bewertet? Lucy? Ja, jetzt wieder natürlich. Was? Ja. Es macht keinen Spaß. Wer hat mich auch gepuncht. Der ist so klar. Okay. Okay, Rick. Tut mir leid. FLI. Ich habe FL. Ich nehme hier reinstes, schönstes Gurkenwasser. Boah, das wird jetzt eklig. Boah. Okay, okay. Das reicht, glaube ich. Freust du dich schon drauf? Das wird lecker. Boah, es riecht auch schon so. Okay, ich würde sagen, gehen wir zum nächsten Trick. So, Alex. Als nächstes kommt ein Backflip auf den Bauch. Freust du dich? Boah, ich kann das nicht. Deswegen kommt er jetzt. Nein, Digga. Natürlich. Willst du anfangen? Nee, fang du an. Ja, du fängst an. Junge, aber ich trau mich dir nicht. Oh, Mann, Alter. Keine Ahnung, wie ich das machen soll. Brecht dir nichts, gell? Das könnte gruselig enden. Ja. Ah! Ah! Junge, was war das für dich? Scheiße! Ja! Ey, also, wenn das keine Eins ist, Lucy, dann weiß ich auch nicht. Warte, warte. Nein! Es ist eine Null. Aber es gibt keinen Null als Eins. Ey, eins. Immerhin. Ey, Bro, das war ja absolut grottig. Aus dem Weg, aus dem Weg. Ha! Ist doch einfach. Mick bekommt die Neuen. Ja! Der war eigentlich nur 10, aber scheiß drauf. Nee, mich auch. Nee, mich auch. Nee, mich auch. FLI, FLI. Du darfst sie aussuchen. Was ist das für ein Mix? Tomatenmark! Ich mach nur ein bisschen. Ja, mach ein bisschen. Ups! Ja, uah! Digga, das wird eine grützelige. Aber das Finale darf ich zum Glück entscheiden. Mal schauen. Als Nächstes machen wir den Trick, wo Peter Parker ein Doppelrückwärtssalto macht. Einfach aus dem Stand, so easy. Einfach aus dem Stand. Aber wir haben hier ein Trampolin, also wir machen es auf dem Trampolin. Schaffst du das? Ich habe seit meiner Operation gar nicht gemacht. Ja, und ich habe einfach manchmal Angst, also was Doppelrückwärtssalto angeht. Wir haben beide Schiss. Beide Schiss. Entweder wird es der Hospital Flip oder ich werde dich komplett zerstören. Scheiße, es geht gerade um einen Kuss. Und deine Freundin mitnehmen. Nein! Okay, nein, auf keinen Fall, Leute. Ich muss durchziehen. Ich muss jetzt in der Sauen sein. Ich habe auch richtig Schiss gerade, wirklich, Leute. No fear! No fear an der Stelle, ja. Let's go. Come on! Come on. Der muss es jetzt werden. No fear, Digga! Lucy! Ich freue mich auf deine Bewertung. Beide haben es gut gemacht. Lucy, du musst entscheiden. Wenn jetzt geschummelt wird, dann rass ich auf. Alex hat es sehr gut gemacht. Ja. Es ging eine 9. Let's go! Okay, Rick. Hey. Rick. Es geht um einen Kuss. Hä? Aber eine 4. Nein. Rick hat es auch sehr gut gemacht. Ja. Und es ist auch perfekt zum Stehen gekommen. Es sind gerade 10. Jaaaaaaah! Ich muss zufrieden, wie eklige Scheiße, Digga! Jaaaaaaah! Was mache ich jetzt? Das mache ich jetzt! Nein! Jaaaaaaah! Okay, I'm sorry, aber Lucy, ich warte da drüben, okay? Was soll der Scheiß? So, Spidey, du brauchst noch ein bisschen Juice. Oh mein Gott, er weiß halt jetzt, dass ich verloren habe. Jetzt kann er richtig ... Boah! Übertreib nicht, Digga! Die ganze halbe Zitrone! Die ganze halbe Zitrone? Ja, die ganze halbe Zitrone, ey. Warte mal, soll ich die mit rein? Oh! Bro, übertreib! Nein, Digga! Was ist das? Das kann man schon mitessen, das ist gut für den Magen. Okay, wir mixen das jetzt und da muss ich trinken und du kriegst einen Kuss, keine Ahnung. Was ist das? Sehr schmackig aus. Okay, wir mixen das jetzt mal. Oh mein Gott, sieht das ekelhaft aus. Schmackofatz, mach mal ein bisschen schneller hier. Ekelig! Okay, passt. Oh mein Gott. Lass dir richtig schmecken, Bruder. Oh mein Gott. Die ganze Zitrone, die halbe Zitrone. Warte mal. Okay, Leute, ich muss das jetzt trinken. Was macht ihr da? Keine Ahnung, aber jetzt geht's los. Ist das ekelhaft, Leute. Das war's mit dem Video. Check doch mein letztes Video ab. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.